Hi, willkommen zurück bei DGV. Ich bin's, euer Doomsday. Gott, war ja kurz abgelenkt, sorry. Wir sind letztlich stehen geblieben, als wir eine Nebenmission gemacht haben. Und wir wollen uns jetzt natürlich erstmal die nächste Hauptmission widmen. Weil man kann in der Nebenmission nur auswählen. Ich dachte, man könnte beide machen, aber okay, das wusste ich nicht. Dann haben wir halt nur eine gemacht und machen jetzt die nächste Hauptmission. Also, let's go. Akt 1, Kapitel 6, ins Feuer. Ja, let's do it. Ähm, ich würde gerne mal... Wobei... Ah, warte mal. Nicht bearbeiten. Zurück. Entfernen. Ich würde ihn gerne mitnehmen. Genau. Let's go. Mikaela's nächste Spur sieht gut aus. In Clayborne sehen wir heftige Locust-Aktivität. Genau wie sie sagte. Ukon ist dort. Macht euch auf alles gefasst. Vielleicht kriegen wir den Ukon jetzt mal zum ersten Mal zum Gesicht. Da unten sind eine Menge Magen. Das ist gut. Er ist da. Eins von Ukon's Tieren. Na gut. Hör zu. Die Brücke ist unser Weg rein. Kein Ausgangsloch und auch kein Hinterhalt. Und was ist mit dem? Oh Leute, ich denke, das riecht nach Bosskampf. Sie warten alle schon. Okay. Lass mal in die Verteidigungsposition gehen. So. So. Okay. Sie sind dran. Geschieht dir recht. Davon erholst du dich nicht mehr. Ist erzielt. Vorwärts. Zeit, was für unser Geld zu tun. Der hier oben ist doch richtig nervig. Muss mehr Money finden. Jetzt darfst du nahe laden. Bin bereit. Der Weg teilt sich. Wählt eure Position. Deckung in der Mitte. Flankierung an den Seiten. Das ist auch einer. Aber den trifft er anscheinend nicht. Okay. Ich trifft den auch nicht. Scheiße. Warte mal. Du kannst hier hoch. Ist aber nett. Keine Munition mehr. Ernsthaft. Also. Ach komm. Und bleib unten. Okay. Alles in Sack und Tüten. Bin unterwegs. Oh. Machen wir den weg. Oh. Ist schlecht. Habt sie. Habt sie. Lade nach. Wie geht's weiter. Nur ein Punkt. Hm. Dann geht er rein. Oh. Warten auf den Vormarsch. Das ist eine gute Frage jetzt. Geh mal da hin. Damit kann ich arbeiten. Das heißt, ich kann hier runter. Naja, so viel Auswahl hier zu flakieren, so hat es der ja auch noch nicht. Da wusste ich nicht, was hier hinten noch ist. Aber eine Kiste sehe ich hier im Moment auch nicht. Oder war hinter uns eine? Ne. Dann. Unterwegs. Jetzt tu es. Ich bin hier. Achtung, noch mehr Maden auf der Plattform. Oben. Verstanden. Du darfst noch mal. Ich denke zwar nicht, dass einer runter kommt, aber man kann ja mal vorsichtig sein. Ach du darfst auch noch einmal. Ach du lädst mal auf. Alles nachgeladen. Marfen auf dem Vormarsch. Vorwärts. Ja. 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 Ich hab auch einen Sniper. Ich hab sogar getroffen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Den trifft sie nicht. Okay. Geh mal da hin. Ah, du. Hier hin? Ah, 19%. Das bringt nichts. Bin dran. Was brauchst du? Bereit. So, schön. Komm schon, bring mich da rein. Alles klar. Vorsicht, heiße Maden-Action. Komm mal mehr von hinten. Los geht's. Okay, weiter geht's. Neutralisier. Was? Einer weniger. Hm. Also, man hat er im Weg hier. Das ist nicht so geil. Aber eine Nate möchte ich dafür jetzt eigentlich auch nicht benutzen. Aber der wird den bestimmt wieder heilen. Hm. Ja, komm. Das kann er ja alles. Machen wir mal Schluss mit den beiden. Werf eine Granate. Feind am Boden. So, und hinten hat sich auch wieder was bewegt, was man natürlich nicht sehen kann. In Bewegung. Ich bin dran. Ich höre zu. Ja. Alles im Griff. Alles dumm, da kommen sie! Diese Kriecher dürfen uns nicht überrennen. Schlagt sie zurück! Niemand schaut mir über den Rand. Da ist eine Menge Wasser und ein tiefer Fall nach unten. Bin dran. Verstanden. Hey. Oh, ich krieg's sogar alle. Alles klar. Hätte ich nicht gedacht. Okay. Selben Team zumindest. Sie geht los. Als ob der so weit geht. Zeit, unser Ding durchzuziehen. Frech. Wo ist denn meine Scharfschützer? Bereit. Zehn Prozent. Das ist alles so suboptimal. Was gibt's? Trifft den nicht. Scheiße. Ah. Ach so. Soll das Scharfschützergewehr auswehren? 37 Prozent. Hä? Hallo? Hatten aufhin vererwischt. Hatten aufhin vererwischt. Ich muss nachladen. Zeit zum nachladen. Nee, nicht den. Du musst doch noch mal ein Stück vorkommen. Unterwegs. Da nimmt der noch. Melde mich zum Dienst. Sind die alle nah genug? Nee. Das ist kein guter Winkel gewesen. Brauche Deckung. Lade nach. Kein Bajonettangriff machen. Doch bei ihm könnte ich's machen. Schade. Du bist ja auch noch da. Juhu. Eine mörderische Leistung. Jep. Wir suchen dir Glück. Die wollen's aber ja auch echt wissen, ja? Ach. Hol das Vieh von mir runter. Dann starten wir mal die Show. Hallo. Wie schmeckt dir das? Brauche Muni. Kriegst du jetzt? Oder nicht? Wir sind gottverdammte Profis. Suboptimal, würde ich sagen. Aha. Aufpassen. Da oben ist ein Scharfschütze. Mal wieder. Wir haben hier Deckung. Vorschläge? Meinst du den nicht? Der ist doch eh schon ausgefecht. Ich halte sie auf. Ja, ja, ja. Oh. Das ist nicht klug war. Oh. Wagen lehren sich! Jetzt versaue ich euch den Tag. Vorwärts. Komm zu mir. Nein, das ist noch ja. Das war ja sogar. Einer erledigt. Fels in der Brandung. Aha. Das ist mal virtuoser Scheiß. Keine Munition mehr. Dann lad mal auf. Geh du mal da hoch. Wir sind fast am Ende der Brücke. Rück weiter vor. Dann kannst du mal... ...auf den hier schießen. Davon erholst du dich nicht mehr. Ah, du bist ja auch noch am Schlüssel. Du musst nachladen, gell? Dann laden wir ihn erst noch mal ab. Werde nachladen. Laden. Achtung. Ist erzielt. Entdeckt. Zeigen wir denen mal, was wir drauf haben. Munition geht aus. Nächster. Alles nachgeladen. Ich höre. Breche auf. Triffst du den? Nee, ja. Schade. Ich halte sie auf. 26%. Geh doch. Okay. Halte durch. Wir sind fast von der Brücke runter. Mach dich locker. Zur Stelle. Ich habe eine Kiste entdeckt. Wie geht's weiter? Oh, da sind ja auch noch Gegner. Oh, ja. Hey. Da hat er jetzt nicht gerechnet. Entsichert und scharf. Achtung. 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 Na los. Zeigt es ihnen. Oh, die Brücke ist noch ein bisschen. Auf jeden Fall machst du. Okay. Kistenbeschaffung. Unterwegs. Was gibt's? 80%. Ach, ja, dann. Hau weg. Erledigt. Beide mit Eimer wäre jetzt cool gewesen. Ja. 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 Ich mach Muni. Lade nach. Gott, ey. Ich muss noch treffen. Genau so. Hast du das gesehen? Den noch weg. Aber das Herzmann zur Ruhe wieder. Neutralisiert. Bereit machen. Hab mich schon drauf gefreut. Bin unterwegs. Oh, man hört hier schon was Großes. Okay. Ich hör zu. Oh, was? Wow. Ey, das ist, dass sie immer so überraschend kommen, ey. Das ist ja voll nervig. Ich geb hier drüben Deckung. Feinde im Anmarsch. Ich mach das schon ne lange Zeit. Die Klauen haben mich erwischt. Oh, da muss ne Kiste. Das ist natürlich nicht so geil, ey. Warte ab. Oh. Schleiden das mal die zwei aus. Oh, da war, oh, da war noch einer. Shit, den hätt ich mitnehmen können. Oh, zwei auf einmal. Du oder ich, Arschloch. Da war nice. Oh. Trette ich zwar eh nicht. Aber dem bisschen. Hätte mich das auch ein bisschen gewundert. Verfehlt! Natürlich. Kaum noch Munition. Kann nicht wahr sein, ey. Kann nicht wahr sein, ey. In Ordnung. Gebe Feuerschutz. So, und du kannst jetzt eigentlich nichts machen. Ja, egal. Komm. 10%. Wechsel die Position. Bleibe in Alarmbereitschaft. Als ob der da in den Dings kommt. Ja, drücke vor. Siehst du? 10% bringt nichts. An ihm ihn. Du bist ja auch noch da. Mehr oder weniger. Aha. Aha, du kapierst es. Verdammt! Werden diese Maden denn jemals weniger? Ach komm, ey. Das ist wirklich ein bisschen nervig hier. Wie viele wollen denn da noch kommen? Oh, gar nicht gut. Bestätigt. Ja, du bist quasi tot. Bin unterwegs. Na, da bin ich mir jetzt mal aufgehoben. Dort ist er auch armer. So schön, wenn euch so hinstellt. Feind am Boden! Komm schon, bring mich da rein! Ah, sterben zwar nicht, Alter. Aber gut, Damage. Wer hat die Granate? Und tschüss! Ich muss nachladen! Äh... Ja, haut den weg. Okay. Dann ist mal die Kiste. Ausrüstung gesichert! Zeig dir den Weg nach draußen! Ja, 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 ja. Ausgelöscht! Verdammt! Daneben! Schade, da habe ich keinen von denen. Äh... Hm... Jetzt bringt da auch nix. Ah... Dann geh halt mal da hin! Bereit! Ach ja, da lebst ja auch noch. Zielbehindert! Ich geh los! Da steckt auch noch einer! Befehle für mich! Ja, jetzt kannst du hier mal... Ausschalten! Wow! Ha! Bereit! Hey! Hab einen, Baby! Ich halte die Augen offen! Bleibe in Alarmbereitschaft! Mein Gott, ey! Also, ein Punkt hier, oder was? Bereit! Lade jetzt nach! Magen auf dem Vormarsch! Magen auf dem Vormarsch! Zeit, unser Ding durchzuziehen! Auf dem Weg! Ziel voraus! Und bleib unten! Der bleibt definitiv unten! Okay, erledigt die letzten, damit wir mit der Aufklärung beginnen können! Die Party ist vorbei, Madel! Befehle! Befehle für mich! Befehle für mich! Ha! Guck mal! Nur noch einer! Wie ist der da aufgebaut? Ach, unten! Okay! Ah, schade, Trevi nicht! Komm ich denn überhaupt da runter? Also dann! Ah! Ich bin hier! Ja! Das Fenster würde ich dir nicht treffen, wa? Äh, nicht wirklich! Ach, da ist eine Leiter! Boah! Deswegen! Als ob der da treffen würde! Tot Zorger, der hat getroffen! Ich war verrückt! Aber mein Freund, jetzt bist du am Arsch! Der schied dir recht! Sag ich doch! Ich bin stark klar! Die Party geht los! Verstanden! Ja, rücke vor! Bin bereit! Dann schauen wir mal, wo wir sind! Noch keine Spur von ihm! Ich glaube, unser kleiner Freund kommt näher! Runter! Ukon! Wo! Ich schwieze Locken Luckily die größte zu sein, Cu Wo Was ich beginnt? Oder bis in lampens Patrol. 5 Unho billing ist Wir müssen ihn isolieren. Nein, müssen wir nicht. Warte! Nutzloser Menschendreck! Ruf die Meske! Tötet sie! Was meintest du, Kleine? Hm. In Deckung! Pumak. Mehrere Angriffsauf. Empfindliche Tanks auf dem Rücken. Alle Mann aufgepasst! Rumeck! Aufteilen! Wir müssen ihn umzingeln! Raketen im Anflug! Raus aus der Einschlagzone! Wir müssen ihn umzingeln! Aber Leute. Ich werde hier mal speichern. Und wie wir den Bosskampf machen, das sind wir dann in der nächsten Folge von Gears Tactics. Ich würde mich freuen, wenn ihr das jetzt mal einschaltet. Bis dahin. Haut rein! Euer Doomsday bei DGV. zum nächsten Mal. No.